Hey Leute, ich bin's Ocean und heute habe ich ein neues Video für euch und ja, das ist nicht besonders lang, aber und zwar, ähm, das geht darum, im GTA 5 gibt's, ähm, schon seit einiger Zeit die Luftfederung, ja, adaptive Federung und, ähm, ja, das schon bevor der Progen T20 mit seinem adaptiven Spoiler. Ja, falls ihr den Progen T20 nicht kennt, also da fährt sich dann ab einer gewissen Geschwindigkeit der Spoiler hinten aus und, äh, ist halt auch beweglich, also beim Bremsen geht er dann nach vorne ein bisschen und ja, so ist es auch mit der Federung hier im GTA und ich wollte euch das gerade mal demonstrieren, also es geht mit so ziemlich allen, äh, Geländewagen, aber am nächsten sieht man's halt am Galivantabala, ist auch der beste Geländewagen, den es im GTA 5 gibt. Besonders der ganz neue, hier habe ich den Galivantabala LBB, äh, bin hier gerade im Offline-Modus, also nicht wundern, warum da die, ähm, Felgen hier drauf sind. Und zwar, ähm, ja, ihr seht, momentan ist er noch relativ tief, also halt, er liegt von der Höhe vom Radstand zur Karosserie ist es nicht so hoch. Und wenn ihr, ähm, und wenn ihr, ähm, jetzt mal drauf achtet, also ich fahre jetzt mal rückwärts ins Wasser, nein, und ihr seht schon, der geht schon ein kleines Stück hoch und hier, wenn ich immer weiter reinfahre, ihr seht, das Auto bewegt sich mit dem Wasser, also die Federung passt sich quasi der Wasserhöhe an. Das sieht man auch ganz gut, also hier ist wirklich der Radstand, kann man hier echt gut beobachten, ist hier, ähm, deutlich erhöht worden, beziehungsweise der, die Entfernung zur Karosserie. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, damit es schon seit einiger Zeit diese adaptiven Sachen gibt, besonders bei der Federung finde ich es besonders cool gemacht. Also es geht auch mit dem alten Galivantabala, ähm, bei Supersportwagen und so funktioniert es nicht so gut, da würde ich es euch auch nicht empfehlen auszutesten, weil, ähm, da besteht die Möglichkeit, dass ihr ziemlich schnell euer Auto eher schrottet, als dass ihr es, äh, hier gut verwendet. Also ihr seht auch, wie gesagt, ähm, die Federung hier so normal momentan und dann, wenn es Wasser kommt, geht es so hoch, also, na, ich glaube, ich bin nicht gerade, äh, weit wie möglich, sondern jetzt seht ihr es auch, also, ja. Da sieht man es gerade auch, das Rad, also zur Karosserie, okay, es bewegt sich jetzt nicht das Rad, sondern die Karosserie durch die Luftfederung. Das ist also wie beim, ich will es jetzt nicht mal, äh, irgendwie großartig zu erinnern, aber es ist ja, ähm, in dem Sinne keine richtige Schleifwerbung. Also beim VW Touring gibt es ja auch die, äh, Luftfederung und der passt sich, äh, die passt sich dann auch der hohen Höhe und all sowas an, also, ja. Wie gesagt, ich wollte euch das einfach mal zeigen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, probiert es gerne auch mal selber aus. Ähm, das ist ein schöner Sonnenaufgang, ähm, ja, ganz auf Topic. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und, äh, über Abos würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, ähm, zusätzlich mache ich demnächst, äh, beziehungsweise, ach, ich mache es jetzt noch gerade dazu. Also, ich habe vor, ähm, eine quasi, eine Wishlist, also eine Wunschliste an GTA-Sachen, was sich halt die Community wünscht zu machen und dann an Rockstar Games den Link zu senden, beziehungsweise irgendwie das Video, wenn es nicht allzu groß ist, aber ich glaube, das geht nur mit Link dann. Und, ähm, ja, einfach mal hoffen, was rauskommt. Habe ich, äh, halt vor, eine Wishliste zu machen. Da gebe ich euch dann jetzt die ganze Zeit, ähm, die Möglichkeit, unter meinen Videos zu kommentieren, beziehungsweise halt unter diesem Video, kommentiert einfach unter diesem Video all eure Wünsche, die ihr irgendwie in GTA haben wollt. Und ich tue die dann alle in einem einzelnen Video dann nochmal zusammen, sobald genügend da sind. Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, Abo könnt ihr auch, äh, da lassen, kostenlos, selbstverständlich. Und, ja, wir sehen uns irgendwann in GTA, oder? Hier halt im YouTube. Macht's gut, haut rein und ciao! Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.